Musik Im Rahmen dieser Flugmanöver kommt es insgesamt zu Belastungen bis zu 6,5 kmh, beziehungsweise bis zu 2,5 kmh, die Subfangen an der Restungsgrenze, die wir hier entsprechend für diese Führungsspiel führen. Musik 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 ... Musik ... Das war ganz einfach, die wir schicken, zu bewegen. Jetzt sehen wir schon noch ein Randzeit.